Musik Herzlich Willkommen zurück zur nächsten Folge von Magica. Der Generator läuft auch schon wieder. Und letztes Mal ist der Nett schon ein Stückchen weiter vorgegangen. Er darf es jetzt nochmal machen. Da kann man sogar untersuchen, wenn man will. Und was sehen wir dort drüben in schöner Pracht? Es hat uns Gnome mitgebracht. Ich bin wieder voll der Rhymer hier. Und ich würde sagen, Moment, wer kann die Schienen untersuchen? Achso, dann passiert das. Danke Dennis. Gern geschehen, gern geschehen. Doppelt hält besser. Eben. Und da können wir uns rüber teleportieren. Ach, jetzt stell ich doch nicht vor. Und bam. Und hier nochmal. Und äh, wuh, wuh, wuh. Oh, guck mal, die hatten die Lampe. Nicht mehr lange. Oh, witsch. Hiel, 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 hiel. Hiel dich. Warum hielst du dich nicht? Was bist du für ein Kackfigur? Warum habe ich so ein Schild? Ich weiß, ich habe gar kein Schild bestellt. Ähm. So. Warum habe ich ein Schild? Egal. Nein. Was war denn jetzt los? Da sollten wir nicht hin. Ja, ein Schild. Hö, zurück. Kommt zurück? Wir können nicht zurück. Tja, Leute, da waren wir schneller, als die Polizei läuft. Schade. Doof gelaufen. Wahrscheinlich haben wir irgendwas übersehen. Ja, wo sieht es aus, Wendy? Ach. Ja, das war jetzt nicht schwer zu entscheiden, wo wir da zuerst drauf gehen. Das war ein bisschen nah. Ja, von und zu. Da hat er mal wieder nicht nachgedacht. Das ist so typisch. Einfach, Ruf. Das ist so typisch, da. Das ist so typisch, da. Geht ihr denn? Ach, ach, und das tut mir jetzt aber leid. Naht. Ähm. Ja, es kommt mal hier oben. Hier sitzt die Kommission. Links oder rechts? Ich bin für die Link. Oh, ein Elch, ein Elch. Damit hätten wir 8 von 12. Da war es nur 4 hier. so da kann jetzt oh danke du hast mich gekillt warum liegst du da achst du bist eben auch schon mal gestorben ach ja genau das wird mal stehen ich wollte dich doch hier 44 ja den kannst du gerne haben den vertraue ich dir lieber anders war in die höhle klubschen ja den hatten wir schon den hatten wir schon geil wie soll er auf mich hübsch ich bin ein eisbein hochgegangen wärst du so nett mich wieder zu holen dann ein moment ach ja genau neue folge so tief drin ich bin und wir natürlich standard team wieder hier fox und groov ja katastrophen wie vorher also hier verändert sich jetzt kontrol stein weil hier verändert sich jetzt nicht großartig der geht hoch den töten wir jetzt auch noch so ähm links gucken oder direkt drüber ich will ach ne ach ne da ist mir zu viel los da ist mir zu viel los lass dir kommen lass dir kommen lass dir aufs große feld kommen du rechts bleiben bleibt rechts bleibt recht bleiben von der pille weg jetzt genau wow der war schön ah super wenn es dann klappt sieht es auch schon episch aus ne also in mannfalls sieht es dann echt tatsächlich so aus wäre es geplant gewesen nicht oft aber wenn was ist denn jetzt hier los warum hä warte mal bleib mal kurz stehen lass das jetzt ooooh ooooh ja gut ja ja brönt nicht so ja danke gern geschehen ist eingefroren eingefroren der das war so das war da hat der 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 das war sie ich will nicht darauf wo du brenzl nur zur Info. Ich habe gehört, ich dachte jetzt. Wie war das bei dir nochmal? Was hier der gar nix? Ja, ich habe auch was. Irgendwas hielt den gerade. Oh, ich glaube, wir sollten nicht Arcan verwenden. Ich glaube, da steht er drauf. Hast du mich vernommen? Ja. Arcan ist er Fan von, ne? Aber davon ist er nicht so. Okay. Was ist mit Eis und Blitz? Oh, das sieht durstig aus. Guck mal, wie er shake. Deck, 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 deck. Eis und Blitz funktioniert ganz gut. Du sollst da vielleicht mal weggehen. So als Option. Ja, danke schön. Ja, ich kann ja nicht so viel, wenn du so nah stehst. Ja, dann mach doch mal kurz zwei Paus, dass ich weg kann. Ich kann nicht Pause machen, sonst geht dem jetzt zu schnell. Ah, ich will dich doch einfach. Haha, Junge. Warum hast du nichts gelernt? So, geh doch. Ich sollte aufhören, um da Arcan zurückzuwachsen. Wo, 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 wo. Oh, du bist so manchmal, frag ich mich echt, ob du guckst, was da vorne wegläuft hier. Nein. Ja, ich merk's. Guck mal, ein großer Gegner. Ach so, dann, ja, dann hau ich mal Feuer drauf, wenn du mir gerade durchstehst. Ha, da versucht er mich zu grabben. Womit können wir denn noch nichts kombinieren? Juhu. Da hatte er dich fast, ne? Oh. Buck. 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 Das wirkt irgendwie gar nicht. Nichts an. Ja, fuck, kill mich an. Ich geh mal kurz durch die Blitzwand, weil die hielt mich ja. Nicht Arcan, ne? Du hast wieder Arcan reingeballert, du hast ihn gehielt dadurch. Ja, ganz clever. Echt, dazu will ich jetzt gerade nichts sagen. Sag mal, Arcan, den hat's Leben abgezogen. Nein, Arcan zieht ihm kein Leben ab. Das ist ja das Problem. Ich hab's doch gerade gemacht. Ja, guck mal, da läuft auch ein Plus drüber, wenn du Arcan dabei reinhaust, ne? Nutze als Info, siehste. Also Arcan wäre echt, äh, unpassend an dieser Stelle. Deswegen, unterlass es bitte. Aber, du kannst zum Beispiel Blitz und Eis machen. Ich bin ziemlich ganz tot. Es wäre nett, wenn du deinen deinen knackigen kleinen Arsch in Orange mal hier runterbewegst. Damit wir den vielleicht mal irgendwann getötet kriegen, weil du chillst doch umrecht schön, ne? Ich sag mal, schaffst du es auch, irgendeine Folge mich nicht in Feuer zu setzen. Ich bin tot. Ich freue mich wieder. Danke. Hm. Ja, ist nix groß in ihnen dran. Mach Steine. Mach nur Steine. Juhu. Ja, funktioniert doch. Geil. Wir nehmen als letztes Jahr. Wuhu. Da kippt er um in Zeitlupe. Wui. Wui. Ich bin auch mal unten drunter durch. Und auch mal unten drunter durch. Und da ist er tot. Vielleicht hätten wir noch mal auftauen sollen. So, nachdem wir es endlich geschafft haben, dieses Monster zu töten, kannst du mal aufhören, bitte an dem Rand zu glitschen, sonst kommt die Kamera nicht hinterher. Deswegen komm mal zurück. Nein. Ja, jetzt bleib mal stehen. Lass dem Spiel auch mal ein bisschen Zeit. Nö. Ja, ich merk's. Also, der Land ist wohl in letzter Zeit irgendwie ganz schlimm, was Magikar angeht. Ich weiß auch nicht warum. So, ich würde gerne mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Irgendwie spackt die Kamera von Magikar gerade rum, oder? Ja. Moment, hab ich das jetzt falsch rum? Blitz, AK und Blitz, ne? Gut. So, ähm, ich wollte aber eigentlich nicht, wir hätten uns den auch gerade sparen können, den Jump, oder? Ja. Äh, wo gucken wir? Ich würde sagen, erstmal links. Da ist er rausgekommen, ne? Nee, unten. Oh. Wir gehen rein, die kommen raus. Ja, ja. Ah, ah, Gott, wenn ich auch mit Fäller. Dam, 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 dam. So, aber irgendwie, kommen wir heute nicht so richtig voran, ne? Also, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Ich würde einfach mal so in den Eingang rein. Aber hier kann ich untersuchen. Lass uns mal suchen. Leben sie in diesen Löchern? Nein. Kommst du denn da drauf? Große. Guck, 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 guck. Oh, was haben wir denn jetzt? Oh, oh, da unten, warum bin... Warum bin da unten? Lasst das doch mal! Wenn du siehst, seit ich durchrenne, ist es jetzt reichlich unintelligent, da weiter drauf zu fansen. Oh, da, ich war's kaputt gegangen. Dum, 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 dum. Mit F kannst du dich übrigens wieder zurückholen, ne? Wenn du eingefroren bist. Du bist ein Magiker, du kannst dich selbst in Flammen setzen. Dum, 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 dum. Vor mein Gesicht fliegt ne Fliege rum, die nervt so sehr, das kann ich nicht. Ach, jetzt hau den Strahl da drauf. Ja komm, mach mal erstmal die Gegner hier weg, würde ich mal sagen. Solange wir das Tor geschlossen haben, kommen die Gegner wieder dazu. Du verstehst? Ich hab mir gefallen. So. Tor ist off, ich geh raus. Man sieht sich. Tschüss. ja damit hätten auch die miene sonst gebracht oder noch nicht ganz aber auch die aristokraten go lords der goblins ja ich würde sagen sie dann post aus war immer schön kommen würde ich sagen immer schön mittendro im flug sie kommen gar nicht mehr runter hier der taste und der nächsten kommen dazu kommen ich schaue schon mal meine kombi mit den tasten rein und da sind sie so nimmst du rechten ach komm was sie meinen wollen ja auf grund momentan liegt aber auch um die nächste zack weg damit und jetzt hier zack ist doch alles kein problem hier für uns ist doch alles also das ist echt nach dem letzten kampf der ja echt schon sich mit gerissen hatte ist der jetzt hier eigentlich nicht das weiß das erste mal das ist wirklich besser ich bin gleich down hier dich wo ich ignoriert hat das tut mir mit dem maustaste von meinem herrscher die wie ihr schild aufbauen ich auch nur selbst schaden du hielst dich nicht nein oh das war das cut lebt er doch nur der lebt nicht mehr der ist nur sehr lahmarschig gestorben und jetzt auf den hier und da genau ja wieder fliegen kann wir uns beide aber sehr einig sind wo wir dann hinziehen wenn wir wollen also wenn wir wollen können wir, ihr seht es ja kümmer ich mich um den hier trockne mich mal ganz kurz und hier mich also ich glaube die roten sind immer Feuer die blauen sind immer Wasser das muss ich jetzt gerade machen damit wir ein bisschen was hast du gemacht die sau wollte mich einfrieren das geht ja gar nicht oh schönes Ding schönes Ding da hier explosive Angelegenheit ich muss aber langsam mal der Big Boss runterkommen oder? wo blüfft der jetzt? ist hier noch irgendwo einer? nö so oh doch oh doch haha wie wieder strahlt so idioten du musst ihn selber machen europen sind feinste Beute feinigste Beute bam da oben genau zack und dann so ich würde gerne gehen da okschp was ist das? das Problem ist wir kommen gerade hier nicht aufm Warm heißen Draht o o o o ich muss mich HERE HERE réponse hier hier ist er genau da müssen wir drauf die ist nicht sauber jung was ist los mit dir gerade jetzt muss ich ihn erstmal wiederholen irgendwie kommen da ja wir müssen ja auch auf den schwatten gehen erstmal sind bei dir noch gegner ja mach ich was so bei mir gar nicht ich sehe die gar nicht sehen nur den schwarzen deswegen muss da oben sind jetzt ganz viele ich bin tot mich wiederhol mich wiederhol mich wiederholen wieder das problem ist der kraft ist ja auch immer neue jedes nicht sehen nur den schwarzen lang lebe einwandfrei gleichspiel so du bist da und du musst mit mir reden wer das ist musst du das müssen wir für ihn lernen der lennart muss mir reden da oben hin bitte genau jetzt gehen wir erstmal auf den und dann da sind noch Gegner zack oh der war schön der hat mich da nicht wohin wo ist der schwarze denn jetzt hier hin da ist er da ist er auf den schwarzen auf den schwarzen zack und nochmal oder also zack 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 und nochmal komm 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 geht drauf nennart geht rauf nicht das drauf gehen so also du siehst nichts außer den schwarzen ja ich sehe nur die attacken von den ich bin tot um mich wieder warum wuchs oh dafür dass wir nichts gesehen haben äh aristostab warte ganz kurz aristostab der goblin dort hielt dieses relikt so manches ja so manches ja an seinem besitz bis sein griff entglitt seinem kalten toten passiv resistenz gegen elemente aktive fähigkeit teleportation so ja damit hätten wir auch äh wieder ein boss geschnetzelt wir gehen jetzt würde ich sagen hier noch durch den gang und gucken weil damit ist auch das level geschafft und äh ich denke damit haben wir genug stress und genug komischheit auch gehabt wieder mal äh jetzt hatten wir mal eine folge da sei ich keine gegner und jetzt lassen wir noch kapitel 9 glitch zum morgengrauen erzählen ja total ich habe ohne flat totalen schiss und ähm ja damit hätten wir wieder ein level geschafft wir ich vergesse immer die hauptmission dass wir zu fafnir wollten und äh wir gucken uns jetzt noch diesen wunderbaren ladebalken an und dann gucken wir was da noch kommt ob da noch ein bisschen story kommt oder nicht nein das scheint nicht so aber wir haben einen neuen abschnitt erreicht und äh bleibt mal im radius ich wusste es ja gut dann wissen wir ja bescheid ja immer wir sind immer auf dem auf dem käppi das heißt wir kommen jetzt endlich mal zu den untoten und äh das kommt aber dann auch erst in der nächsten folge von magiker und wenn ich jetzt richtig im kopf habe ist das dann folge 20 damit haben wir auch die 20 damit haben wir auch die 20 dann bei magiker voll aber das dann halt beim nächsten mal würde ich sagen ja nein quatsch das doch nein doch ich bin mir gar nicht sicher war es jetzt folge 20 oder nicht nein es kommt folge 20 genau ich rechne mal ganz kurz durch genau das war jetzt folge 19 und äh wir haben wir betreten ein neues gebiet wir kriegen neue gegner und es ist dann die zweistellige zahl also die Mitte 2 vorne und in diesem ich halte die Klappe bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.